Wie gesagt, bei dem Demon Hunter habe ich irgendwie satt. Aber die Expansion hole ich mir trotzdem nicht. 40€, die können sich unterscheiden. Er hat zum Release nicht, aber irgendwann schon. Ich hab mal geguckt, hier bei Kinguin kriegst du für 30€, aber... Ja, aber die Keys, sind die sicher? Ja, das weiß ich nicht. Die Russen-Dinger wahrscheinlich. Ja, es wird bald stehen da. Bei Kinguin hast du Geld zurückgeahnt, die 30 Tage. Wenn du nicht gehst, kriegst du dein Geld wieder und so bitte. Ja, aber Lisa, die sperren sich irgendwann mal ins Bock haben. Oh! Oh! Bitte, Stange, falls ich jetzt wieder in die richtige Richtung gedrückt habe. Nee, ich mein ja nicht dich. Da hat er kein Zuhängnis für. Oh, der Lübecker Autoglub ist hinter mir. Ja. Oh, es geht hier links rum. Ich denke immer, es ist die GP-Strecke. Danke, Lübecker Autoglub. Ja. Siehst du das? Ja, ne? Der Wichser. Ah, der fährt ja Linespeed. Also, wir sind uns einig, dass wir alle den Italiener Blatt machen müssen. Ja. Ja. Haha, nice Linespeed, nice. Dabei habe ich kein gar nichts gemacht. Ja, aber ich habe, ich habe es gesehen, er wollte dich wegdrängen und ist dann aber bei dir abgeprallt quasi. Du hast doch noch selbstständig gebremst, Kling. Wer war das? Italiener oder du? Äh, wir beide. Ich nehme die Schuld nicht alleine auf mich. Wow. Boah, hinter mir geht es gerade hier, was ist denn los? Ja, ich sehe es. Aber... Ich habe natürlich einen Kornrück gehabt. Aber irgendwie lieber, wenn der Fuchs noch so einen Platz findet. Sag mal, ist der eine GameStar-Redakteur schwul? Welcher? Jokerface oder so heißt der auf YouTube. Keine Ahnung. Der spielt Jablo 3 mit einem Typen im Bett. Ja und? Hallo? Was? Was macht der? Die spielen zusammen? Also jeder hat Laptop und die zockten zusammen Diablo 3. Warum nicht? Hallo? Hallo? Also ich bitte dich, das habe ich auch gemacht. Das ist so, das ist jetzt nix sicher. Wir haben zusammen FIFA gespielt und haben uns mitgelegt. Sag mal Volkov, hast du da keinen Kornrück? Nein, das ist tatsächlich, das kannst du tatsächlich ausnutzen. Du bist ein richtiger Wichser. Das mache ich aber schon seit Ewigkeiten, diese Kurve da auszunutzen, denn es sein muss. Was ist das, der Typ? Jetzt habe ich den Korner Cutting bekommen. Eine Stunde später oder was? Ne, weil ich die andere Kurve gecuttet habe. Eine Stunde später. Ach, da war ja was. Als man wieder wegfällt. Ey, wofür? Wofür? Geizt, ich krieg dich noch. LOL! Lolo-Fagler. Scheiße. War ganz kurzzeitig abgelenkt gewesen. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich dachte mir, warum fährst du gerade aus? Teils. Ach, Christoph. Also im nächsten Rennen gehe ich hier mal im Spiel auch raus. Krach, das wollten wir gerade im richtigen Derby machen. Ja, finde ich auch. Ja, lasst mal den Demo machen. Das wäre ganz lustig. Ja, das war ganz lustig. Ja, lasst mal den Demo machen. Das wäre ganz lustig. Und dann wieder ein bis zum ersten Mal. Die beurteile in die Mitte. Ich frage es mir, ich weiß nicht, dass du hier mal da bist. Ich frage es mir das. Ich frage es mir, du bist der Berge.